Ja, sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Wenn man das so singt und ich denke auch wirklich wünscht, dann hat das ja auch Konsequenzen. Wenn etwas der Mittelpunkt sein soll, dann muss ich mein Leben drumherum einrichten. Wir wollen heute einem ganz, ganz, ganz zentralen, wahrscheinlich den zentralsten Punkt darüber nachdenken, was uns auch ganz persönlich Jesus heute Morgen zu sagen hat, mir zu sagen hat, zuallererst. Das war ganz offen. Als ich heute Morgen noch einmal mir viel Zeit genommen habe, darüber nachzudenken, darüber zu beten, da habe ich mir nicht die Frage gestellt, wie soll ich die Erkenntnis weitergeben. Die ist ganz einfach, werden wir gleich merken. Sechs Worte. Sechs Worte, so konkret, so gezielt. Und hier seht ihr schon das Hauptthema, alles in der Liebe. Da ist nicht viel zu sagen, da brauche ich keine großen Erkenntnisse für. Da können nur Taten folgen. Da habe ich mir nicht gefragt, ob ich das in besondere Worte fassen soll. Da habe ich mir nur die Frage gestellt, wie kann ich das, was ich sagen muss, in Liebe sagen. Das war die einzige Frage. Sonst nichts. Gar nichts. Und das wünsche ich mir, dass es heute rüberkommt, dass es wirklich klar wird. Licht von oben, das brauchen wir, um das wirklich leben zu können. Und zwar im wahrsten Sinn des Wortes. Licht von oben. Denn wer wünscht sich das nicht? Licht. Irgendwo Klarheit zu bekommen, etwas tun zu können. Mit einer Absicherung, die ein bisschen damit verbunden ist. Und zwar insofern, dass wir Entscheidungen fällen müssen. Es ist so im Leben. Es können kleine, größere Entscheidungen sein. Es ist ganz unterschiedlich. Aber es sind Entscheidungen, die wir treffen werden. Und es ist gut, wenn man dann weiß, ist noch jemand da gewesen, der irgendwo nur genickt hat. Ist gut so. Macht das. Das hilft uns. Und ich denke, dieses Abnicken ist die eine Seite. Hier geht es nur darum, dass wir nicht nur etwas abgenickt bekommen, sondern dass wir einen Herrn haben im Himmel. Und auf dieser Erde, der hier jetzt heute Morgen anwesend ist, der in diesem Gottesdienst anwesend ist, der heute Morgen anwesend war, als du aufgestanden bist, der in dieser Nacht anwesend war und der dir Licht von ihm geben möchte. Licht von oben im wahrsten Sinn des Wortes. Wir werden nur diese sechs Worte heute Morgen uns anschauen. Es gibt andere Übersetzungen, das ein bisschen mehr umschreiben. 1. Korinther 16, Vers 14 Alles bei euch geschehe in Liebe. Vielleicht könnt ihr jetzt verstehen, warum ich heute Morgen diese Bitte hatte, Herr. Ich will nicht nur Erkenntnis weitergeben. Ich will das so machen, wie du es willst, in Liebe. Und diese Tatsache zu wissen, das steht da, so wie wir es vielleicht uns gerne anders vorgestellt hätten, dass da steht manches in Liebe, nicht alles, aber nein, da steht alles in Liebe, das an sich nicht, dieses Wort, so in unser Schema reinpasst. Da tun wir uns schwer. Muss das sein, alles? Kann ich sagen, 90% und die 10% kann ich mir aussuchen? Nein, steht alles. Und in einer Welt der Globalisierung, das sage ich euch aus meiner persönlichen Erfahrung der letzten Jahrzehnte, tun wir uns schwer damit, in der alles machbar ist, dieser Individualismus, der, und das möchte ich ganz klar betonen, bis in unsere Kreise, in unser Leben, in mein Leben rein spiegelt. Das ist etwas Unmögliches. Die Selbstbestimmung ist so groß, man will das nicht alles. Alles in Liebe. Das kann doch nicht sein. Damals hat Paulus schon vor 2000 Jahren damit gekämpft. Das war ihm damals schon eine Sache, die ihm ganz arg auf dem Herzen lag. Und er hat mit Korinth eine Gemeinde gehabt, die wie so ein Präsenzfall ist. Eine ganz hervorragende Dokumentation, wie das aussehen kann. Denn diese Korinther hatten absolut Probleme. Und deshalb hat auch Paulus, gerade im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, im zweiten, nicht mehr so, da war es abgehakt, im positiven Sinne hat Korinther manches gelernt, hat er das immer wieder eingebracht. Denkt dran, was das Zentrum ist. Kapitel 1. In Christus liegt unsere Heiligung, unsere Erlösung, unsere Gerechtigkeit. Alles. Alles in Christus. Kapitel 3. Ich wusste unter euch nichts anderes als Christus und den als Gekreuzigten. Christus, das Zentrum. Und dann die Aufforderung, Kapitel 6. Denkt dran, ihr seid ein Tempel des Heiligen Geistes. Darum preiset Gott, Vers 20, mit eurem Leib. Oder Kapitel 13, das Parade-Kapitel, eingerahmt von zwei gewaltigen, urgewaltigen Gabenkapiteln. Kapitel 12 und 14. Kapitel 13. Die Gabe aller Gaben. Die Liebe. Zum Schluss bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei und ein ganz klares Statement. Nicht Hoffnung und nicht Glaube, sondern Liebe ist die größte. Das muss uns bewusst sein. Das ist das, was bleibt. Wir brauchen in der Ewigkeit nicht unsere Starrgaben, die wir manchmal so vorhalten. Die Gaben, die wir da haben. Die Gabe der Erkenntnis. Die Gabe der Heilung. Sagt mir eine Heilung, die im Himmel stattfinden wird. Eine. Gibt sie mehr. Gibt keine Krankheit. Kein Tod mehr. Brauchen wir nicht mehr. Ist vorbei. Auch die Erkenntnis nicht mehr. Wir haben Jesus den, der in alle Ewigkeit anbetungswürdig sein wird. Weil wir da diese Liebe sehen, die alles in allem erfüllen wird. Unbegreiflich. Unfassbar. Und dann eben hier unser Text aus dem Korintherbrief. Alles aber bei euch geschehe in Liebe. Alles. Nochmal die Zusammenfassung, ganz am Schluss. Und zwar eingerahmt, nicht ohne Grund, aus ganz speziellem Hintergrund heraus. Weil ja manches nicht ganz so dolle war, wie man sich das vorgestellt hat. Das war eher so eine Gemeinde, die mit Laodicee vergleichbar ist. Wir haben alles, sind noch satt, tolle Gaben, super funktionierend, alles da. Korinth, ein Beispiel für eine Paradegemeinde, auch in unserer heutigen Zeit. Das wäre heute Willow-Krieghoch 17, Korinth. Oder irgendwas anderes zur Vorzeigegemeinde. Hohe Erkenntnis. Vielseitige Gemeinde mit allem, was dazugehört. In alle Bereiche aktiv gewesen. Die konnten nicht sagen, wir erreichen die Hohen nicht, wir erreichen die Armen nicht. Die haben alles. Alles, komplett. Eine begabte Gemeinde. Es gibt keine Gemeinde, in der so viele Gaben vorhanden waren. Und genau dieser Gemeinde muss Paulus das sagen. Nicht den Philippern. Nicht den Kolossern. Das hat der Korinth gesagt. Genau das musste er bei den Korinthern sagen. Er musste sie fixieren auf das Zentrum des Lebens. Auf das Zentrum der Gaben, aller Gaben auf die Liebe. Alles geschehe bei euch in Liebe. Paulus musste dieser Gemeinde das wahre Licht zeigen, was wirklich wichtig ist. Und jetzt bitte ich mich, bitte ich uns, dass wir uns einfach mal überlegen, was ist uns eigentlich wichtig. Ist uns diese Liebe wirklich wichtig? Sie zu leben in unserer Gemeinde, in unseren Kreisen, in unseren Familien. Ich möchte uns mitnehmen, einfach drei schlichte, einfache Punkte uns anzuschauen. Ihr seht es schon. Schlicht und einfach. Alles ist alles. Alles ist möglich. Es gibt sogar Werbeslogan. Alles ist alles. Denkt noch mal an den Text. Alle eure Dinge lasst ihr in Liebe geschehen. Das ist eine Tatsache. Und jetzt umrahmt wird dieser Text mit zwei ganz konkreten Beispielen. Ich denke da jetzt an Timotheus, der kommen sollte nach Korinth. Nehmt ihn auf. Er ist ein Diener Gottes, der einen ganz wichtigen Dienst tut. Bitte, bitte nehmt ihn auf in Liebe. Das ist diese Aussage hier. Dann nach diesem Vers wird eine weitere Person genannt, die ebenfalls in einer ganz großen Phase Stephanas, in der Kritik stand dort in Korinth. und warum auch immer. Das ist jetzt unwichtig. Auch bei dem Mann, bitte, bitte erkennt ihn an, die an euch arbeiten, auch wenn es euch schwerfällt. Also wir merken, Paulus hat das nicht ohne Grund getan, diesen Bericht zu schreiben. Und wenn ich das Wort alles noch mal betone hier, alles ist alles und nicht einiges nur, dann muss uns das bewusst sein. Dann habe ich nicht das Recht, egal wie fromm ich bin und wie viel Bibelwissen ich habe, irgendetwas rauszunehmen. Nichts. Aber auch wirklich nichts. Sonst entehre ich meinen Herrn. Und das, habt ihr gemerkt, das sage ich mir. Zuallererst. Das ist wirklich alles im wahrsten Sinn des Wortes. Einige Beispiele aus der Praxis. Ganz schlichte, einfache. Wenn irgendwann und irgendwie mal ein Wunsch da ist bei einer Person, ich möchte, dass du mal zu mir kommst oder dass wir miteinander reden können oder kann ich zu euch mal kommen. Wenn wir etwas abschlagen müssen, das kann ja sein. Nochmal, ich denke, das ist ja keine Frage, dass es mal Gründe gibt, auch Dinge abzusagen. Aus welchen Gründen und auch immer. Das ist kein Thema. Aber bitte dann nicht aus Formsache, sondern aus Liebe. Ich fand es so wunderschön, dass wir heute die Segnung hatten von Leon und von Linda. Und ihr habt hoffentlich gut zugehört, als in Markus 10 vorgelesen wurde. Da wurden Kinder zu ihm gebracht. Und was passierte dann? Die Frommen und Jünger? Die Supertypen? Und bitte, bitte, denkt nicht, wie konnten die nur? Sie haben gewährt, bloß nicht. Jesus braucht Ruhe. Darum machen Sie Ruhe. Sie haben sie, sie waren so unsensibel, haben sie abgelehnt. Und er sagt, sagt Jesus, lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihnen nicht, denn ihrer ist das Reich Gottes. Merken wir, wie schnell das geht? Wie man auch in einer ungeistlichen Weise Dinge absagt, loslässt und gar nicht merkt, wie unsensibel man ist? Nehmt es einfach mit. Sensibel werden für das Reden Gottes, da wo Gott uns Dinge vor die Füße legt. Und auch wenn ihr Besuche macht, das Gegenstück, dass ihr bereit seid, nach vorne zu gehen, dann bitte, dann geschieht das nicht aus Pflichtbewusstsein in erster Linie, sondern aus Liebe, aus einer echten, tiefen Liebe zu diesem Menschen und vor allen Dingen aus einer Liebe zu Jesus. Zurechtweisungen. Was kannst du da erleben? Lieblosigkeit mehr als denn je. Da frage ich mich, was ist schlimmer? Die Lieblosigkeit, die bei einer Zurechtweisung stattfindet oder die falsche Tat, die vorher geschehen ist? Ich will das nicht gut reden, keine Frage. Aber er soll sich, wenn ich mir die Frage stellen, was ist denn da, was ist denn da wirklich schief gelaufen? Auch, dass ich nicht die richtige Liebe habe, mich auf die gleiche Stufe stelle, wenn es geht sogar noch, in Demut drunter stelle und die Liebe versuche, diese Menschen zu sagen, du, das, was da gerade gelaufen ist, ist nicht gut. Das kann man sagen, nochmal, das muss ich sagen. Aber die Frage ist immer, wie oder wenn ich als Chef, als Abteilungsleiter irgendwas meinen Mitarbeitern zu sagen habe, ist es aus Herrschsucht, weil ich die Macht habe, das zu machen oder mache ich es aus Liebe, um den Arbeitsprozess in gutem Gange zu halten. Frage. Ihr merkt, es ist ganz praktisch, ganz konkret. Ich möchte einen Schlussakkord noch mitgeben, bevor wir zum zweiten Schritt kommen, der mir sehr am Herzen, der uns oft gar nicht bewusst ist. Beziehung ist Opfer. Beziehung ist Opfer. Wenn ich in eine Beziehung gehe und da ist Jesus uns das beste Beispiel, dass er in Beziehung zu uns getreten ist, trotz des Sündenfalls und dem ganzen Mist, den wir verbocken und immer noch verbocken, dass er in Beziehung treibt, das ist immer mit Opfer verbunden. Bei ihm und bei uns ist es nicht anders. Wir müssen nicht ans Kreuz, Gott sei Dank, in der Form, wie es Jesus erlebt hat, nur, dass unser Fleisch gekreuzigt sein soll mit Christus. Aber das ist eine andere Form des Gekreuzigtseins. Und da merken wir, dass Beziehung immer mit Opfer verbunden ist. Es gibt keine gesunde Beziehung, die ohne Opfer möglich ist. Wenn mir das einer sagt, dann ist es eine egoistische Beziehung, wo ich nur rausziehe, aber selber nichts gebe. Das kann nicht sein, dass ich in einer Beziehung bin, die in Liebe geschehen soll, ohne dass ich nicht auch opfern darf. Ich will gar nichts sagen, muss. Ich darf opfern, aber es sich lohnt. Um Jesu Willen. Er hat und opfert heute noch in Beziehungen ohne Ende, unser Herr. Also Beziehung heißt Opfer. Deswegen ist es wichtig, sich dessen bewusst zu sein. Alles, wirklich alles geschehe in Liebe. Wir kommen zum zweiten Punkt, zum zweiten Schritt. Oben ist oben. Ist auch jedem klar. Was heißt das, dass ich diesen Blick in Richtung Oben und Licht, Licht von oben mit reingebracht habe, weil mir das auf dem Herzen liegt. Ihr habt jetzt gemerkt, wir sind völlig überfordert, das zu leben, was wir gerade gehört haben. Und ich habe ja nur einen kleinen Bruch da genannt von dem, was noch genannt werden müsste. Wir brauchen ein Beispiel, das ist Jesus. Er hat alles in Liebe getan. Er hat einen reichen Jüngling geliebt. Da blickte ihn Jesus an und gewann in Liebe. Lieb. Nicht, wie kannst du nur so dumm sein, dass du dich auf den Reichtum stützt. Es kam nicht über sein Erleben. Er hat den Weg zum Leben gezeigt aus Liebe und hat um ihn geworfen. Und der reiche Jüngling hat es gemerkt. Dieser Jesus hat mich lieb. Er will mich gewinnen. Aber er wollte und konnte nicht zum Schluss. Er war reich. Auch wenn Jesus mit Unbekehrten zusammen war, hat er immer versucht, in Liebe ihnen zu begegnen. Markus 9. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Du merkst diese Liebe. Jesu. Was ist die Motivation meines Handelns? Was ist das, was mein Leben trägt und wo ich wirklich lernen darf, auch hier von Jesus in der Beurteilung von Menschen, die in meinem Umfeld sind? Zum Beispiel. Ist es Liebe, die mich treibt? Oder was? Jesus begegnet Pilatus. Ich möchte diese beiden Stellen gleich an die Wand werfen, Johannes 19 und Johannes 11, weil das für mich so zwei Paradestellen noch sind, die mir zeigen, wie Jesus anders ist als wir. Aber wir dürfen so werden wie er. Licht von oben, dass er uns das Licht gibt, dass wir das widerspiegeln dürfen, was er in mein Leben, in unser Leben, in euer Leben reingegeben hat. Jesus begegnet Pilatus in Liebe. Und wenn manche denken, das kann doch nicht sein. Aber jetzt passt mal auf. Und ich bin davon überzeugt, das hat beim Pilatus im Herzen gesessen. Was er daraus gemacht hat, weiß ich nicht. Das werden wir in der Ewigkeit sehen. Aber es hat Jesus gesagt, darum hat der, welcher mich dir ausliefert, größere Schuld. Klar, das wusste ja. Er hat jetzt hier im Prinzip eine Entscheidung getroffen, wen wollt ihr haben? Sie wollten den Barabbas, okay. Er hat genau gewusst, ich habe keine Schuld an ihm und jetzt stehe ich da. Habe es ihm freigestellt, statt zu sagen, der hat nichts gemacht. Sagt Jesus ihm, die, die mich ausgeliefert haben und dich, die haben größere Schuld. Das heißt nicht, dass er die Schuld des Pilatus nivelliert und sagt, oder relativiert. Nee, 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 nee. Liebe geht nicht so weit, dass sie die Schuld unter den Tisch fegt. Aber sie stellt sie in eine Relation. Und das hat, ich bin davon überzeugt, Pilatus begriffen. Dieser Jesus will mich abholen. Und das wünsche ich uns, dass wir Menschen nicht kategorisieren und sagen, du hast halt Schuld, fertig, sondern wirklich sie in Liebe abholen, da, wo sie sind. Dieser Pilatus in seiner Hilflosigkeit, in seiner Art des demokratischen Handelns, die Volksmenge entscheidet, so nach dem Motto, wie heute auch, nichts anderes. Jesus geht in Liebe diesem Mann entgegen. Er hat es nicht begriffen, wahrscheinlich, in der ganzen Konsequenz, aber er hat gemerkt, da ist was anderes. Und denken wir an Martha. Jesus möchte Martha vom Arbeits- und Sorgengeist befreien. Schaut euch mal Johannes 11 an. Ich habe hier noch Johannes 11 mal aufgeschlagen, um einfach euch noch ein bisschen mitzunehmen in diese ganze Thematik, die hier vorhanden ist. Und da merken wir auf einmal, Mensch, da hat ja Jesus was ganz Besonderes gemacht. Das registrieren wir oft gar nicht, überleben wir so, überlesen wir so. Die Martha, die Böse, sage ich mal jetzt, die aktiv ist und immer was macht und dann wird dann noch gesagt, Maria hat das beste Teil der Welt. In dem Fall, wie ich betone, in dem Fall das beste Teil der Welt. Das hat Martha damals nicht begriffen. Aber nur in dem Fall hat Maria das beste Teil der Welt. Um das mal klar zu machen, auch im Positiven für Marthas. Was heißt hier? Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Warum hat er wohl die Martha nur erwähnt? Und dann die Schwester und dann die Lazarus. Oh, die hat er nur erwähnt mit Namen. Okay. Das hat einen Grund. Ich lese mal Johannes 11, Vers 2 und 3, dass ihr so ein bisschen Gespür bekommt dafür. Und dann merkt ihr, warum das so konkret wird. Dass Martha fixiert wird und sie den Arbeits- und Sorgengeist loswerden darf, der sie so stark gefangen genommen hat. Und da merkst du diese Liebe, die Jesus zu dieser Person hat. Zu allen, auch zu Maria und zu Lazarus, keine Frage. Aber hier, die Martha definitiv die Zielperson war. Da heißt sie, Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete, deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern, aufgepasst, zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus hörte und so weiter, dann kommt fünfstens eben Vers 5, dieser Vers hier, Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Interessant finde ich hier, die Erkenntnis hatten beide Schwestern. Wir schicken zu Jesus, wisst ihr, wer gegangen ist? die Martha, die ist gegangen. Die Martha hat sich aufgemacht. Nicht die Maria, die ist zu Hause geblieben. Ja, große Erkenntnisse. Wir müssen zu Jesus, ja. Aber gegangen ist Martha. Wir merken hier, wie Jesus auf dieses Individuum Martha eingeht, in einer unbegreiflichen Liebe. Deshalb wird der Name hier erwähnt, weil sie dann die Aktive war. Pass auf, Martha. Ich will, dass du deinen Sorgengeist los wirst. Dein Arbeitsgeist, der vielleicht dich zu stark gefangen nimmt und du manchmal Zentren überliest oder überhörst. Wir kommen zum Ende dieses Punktes. Ich will sie nur noch kurz erwähnen, und auch bei der Hochzeit zu Kahn, da konnte er aus Liebe sagen, es ist noch nicht Zeit. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Auch bei den Pharisäern hat er es manchmal klar gesagt, noch ist meine Zeit nicht da. Und dann sehen wir nur noch das Beispiel schlechthin am Kreuz, wo Jesus bittet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da merken wir, das ist göttliche Liebe. Absolut. das Nonplusultra, was uns nur vorgestellt werden kann, da wirst du bereitwillig, gewollt, geopfert, abgelehnt und dann passiert so was. Dann sagt Jesus noch am Kreuz, Vater, vergib ihnen, diesen Leuten. Und vor allen Dingen auch eben diesen schriftgelernen und Pharisäern, die eigentlichen Motore waren, um das zu machen. Das ist Liebe. Und jetzt soll alles in Liebe geschehen. Wie geht das? Nur mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist ist Heiliger Geist. Jesus hat nicht umsonst versprochen, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und was werden wir dann sein? Bewunderer von Jesus dürfen wir, sollen wir auch. Aber bitte nicht nur. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, wenn ich von ihm Zeuge bin, ich Jesus orientiert. Und wenn ich Jesus orientiert bin, möchte ich von ihm lernen. Möchte ich, dass mein Leben davon berührt wird, im wahrsten Sinn des Wortes. Dass diese Liebe, die eine Martha vom Sorgen und Arbeitsgeist befreien will, die um Vergebung bittet für die, die ihn ans Kreuz genagelt haben und die es veranlasst haben, dass diese Liebe in erster Linie bei uns rauskommt. Da merken wir Luft nach oben. Ganz viel Luft nach oben. Und dann ist nicht umsonst die Gabe aller Gaben in der Mitte. Zwischen Kapitel 12 und 14, Kapitel 13. Die Liebe ist die größte. ihr dürft heute Morgen vieles vergessen, was ich gesagt habe. Ich darf sogar manches von dem vergessen, was ich selber gesagt habe. Aber bitte nicht alles, alles, alles in Liebe. Das heißt nicht, dass ich in einer Überängstlichkeit bin. 1. Johannes 4 sagt, klipp und klar, Furcht ist nicht in der Liebe. Keine Angst. Aber dass wir sensibel werden. Und nicht jeder Mensch braucht die gleiche Sprache. Nicht jeder Mensch braucht die gleiche Ansprache, die Art und Weise. Und vor allen Dingen auch, und das möchte ich uns auch mitgeben, ziehen wir uns nicht zurück. Wenn uns einer in der Richtung vielleicht lieblos begegnet, sondern begegnen wir ihm weiter in Liebe. Rückzug ist das Schlechteste, was man machen kann in der Richtung. Sondern diesen Menschen wie Jesus in Liebe begegnen. Suchen wir auch da Lösungen. Wären wir sensibel für diese wunderbare Art, die wir hier an der Wand noch einmal lesen können. Zu wissen, Glaube, Hoffnung, Liebe und die Liebe ist definitiv die Größte unter Ihnen. Gott segne uns. Lasst uns beten. Heiliger Gott und Vater, wir danken dir, dass du der größte erfahrbare Herr bist über allem. Und dass du uns in Liebe begegnest. Wir haben es gesehen und wir sind nur zutiefst bewegt davon, wie anders das ist, wie es bei uns oft abläuft. Herr Jesus, lass uns dieses Erbe mitnehmen, dass deine Liebe ausreicht. Und dass alles in dieser Liebe von dir in unseren Gemeinden, in unseren Kreisen, in unserem Leben, in unserem Miteinander, im Beruf, in unserem Miteinander, in der Nachbarschaft, in der Familie geschieht. Vergib, wo es nicht der Fall ist und schenk uns Erneuerung, Herr Jesus. Tiefe, tiefe Erneuerung, die nur du geben kannst. Danke dafür. Amen.